Brummende Bässe, fast eine Million erwartete Besucher und ganz viele ausgefallene Kostüme. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass meine Tracht hier etwas aus der Reihe tanzt. Ich suche mir heute an das Triparade Leute, die auf unsere Musik abfahren. Weisst du, wo das Volksmusikfest ist? Nein! Weisst du, wo das Volksmusikfest ist? Nicht hier! So eine Volksmusikparade heute. Weisst du, wo die ist? Nein! Wir kommen dieser Bühne langsam näher. Schauen wir mal, heute muss ich auch noch auf der Bühne arbeiten. Wir sind nicht zuständig, du musst zusammen. Gehen wir mal schauen. Danke! Das hier ist Schweizer Fernseher und sie brauchen dich. Warte, ich gebe schnell das Telefon bitte. Hallo Martin, das ist Nicolas Sen. Wir brauchen drei Minuten auf der Bühne. Kannst du uns die geben? Ein Titel mit dem Hackbrät präsentieren für die neue Volksmusik-Sendung vom SF. Super, danke dir mal! ... ... Musik Musik